Fender zeigt auf der NAMM-Show 2016 neue Akustikgitarren, nämlich die Paramount Serie. Der Ryan ist bei uns und wird sie uns zeigen. Es gibt drei Modellen in der line. Wir haben die O-O-Cut-A-Way hier, das ist gut für die Song-Writer, die ein wenig accesses zu den upper frets. Also, wir haben eine Dreadnought hier. Sie haben eine Standard Dreadnought in der Offering. Das ist gut für Flatpicking, für Bluegrass, für Strummung. Und dann, für unser Parler hier, das ist die perfekte Größe für jemanden mit einem kleineren Bereich. Es ist in der 12e Fert, als opposed zu der 14e Fert. So, die Bereich zwischen der NUT und der Body ist ein bisschen kleiner. Und es hat auch eine shorterer Größe. Jetzt, alle drei verschiedene Body-Shapen kommen in beide Standard und Deluxe Versionen. Die Standard Versionen haben Mahogany Backs und Sides. Die Deluxe Versionen haben Rosewood Backs und Sides. Und dann, die Deluxe ist auch in der Sunburst Color. The coolest thing I think we did for this series is the Pre-Amp. Now, we went and developed this Pre-Amp specifically for this series. This is the only place you're going to see this Pre-Amp and this Feature Set and System here. Each of the three different body shapes has its own Pre-Amp. So, internally, they're all voiced differently. Because we wanted the Dreadnought to sound like a Dreadnought when you plug it in, only louder. We wanted the Parler to still maintain the mid-range and find balance across the EQ spectrum that it has when unplugged when you plug it in. So, the Pre-Amp are all voiced individually for each different body shape. The Feature Set is extremely intuitive and easy to use. There's a master volume in the center, a bass on the left and a treble on the right. The rocker switch allows you to turn the tuner on. And the other side of the rocker switch is a phase inversion selector, just in case you're getting some canceled frequencies between input and output phases. The other thing that it does is it mutes the guitar when plugged in. And then you turn it off to unmute and you're ready to go. So, the Paramount series is the pursuit of the next step for a player who's ready to get serious about an all-solid guitar with higher-end appointments. Thank you very much, Ryan. You're welcome.